Wie kann dann sowas kaputt gehen? Ach, sowas geht schon mal kaputt. Und was kostet das dann? Ja, kann ich jetzt doch nie mit dem Fahrer. Tja. Ich hab schon überlebt, mir ein neues Auto zu holen. Es ist gut, wenn man das alte hinter sich lässt. Ich habe die längste Zeit Autos repariert. Bause, die Tankstelle, umholt sich jemand dazu. Im Gegenteil, ich steige aus. Ein Jugendtraum von mir, ich bin Amerika-Fan. In mir schlägt das Herz eines Indianers. Gifat? Wo andere das Schweißband des Hutes drückt, spüre ich eine Feder. Ah jo, Gott, so hat jeder sei. Der Stadtmillerbun ist ja leidenschaftlicher Sitzungspräsident vom Karnevalsverein. Um jetzt noch einmal drauf zurückzukommen, was wird denn das jetzt kosten mit der Reparatur? Ich schätze so um die 800 Mark. Und wie lange das dann dauere, Häuptling, großer Preis? Wenn die Sonne im Zenit steht, ist der Planwagen fertig, Bleichgesicht. Ich warte nur noch auf die Prärerie meines Bausparvertrages und dann sind wir weg. Ah, Sie fahren nicht allein. Meine Nichte kommt mit, sie ist Lehrerin, Kleke Petra. Das heißt, die Kleenschwatz, wo du bei Ihnen schon an der Kasse gesetzt hast? Ganz recht, ganz recht. Jo, die ist Lehrerin. Für was? Germanistik und Gymnastik. Und wo gehen Sie doch hin in Amerika? Indianer-Police. Ah ja, doch schon. Wie viel Uhr haben wir dann überhaupt? Scalp 1. Telefon. Der braucht keinen Vetter, der braucht Tablette.